Musik Herzlich Willkommen zu den Buchgesprächen. Auch wenn er nicht selig oder heilig gesprochen wurde, ist er dennoch ein Heiliger der Nächstenliebe. Der japanische Arzt Takashi Nagai. Obwohl er durch den Atombombenangriff der USA auf Nagasaki am 9. August 1945 schwer verletzt wurde, kümmerte er sich sofort um jene, die noch schwerer verletzt wurden als er. Dass er bei der Behandlung selbst radioaktiv verstrahlt wurde, nahm er in Kauf. Nach 58 Tagen hatte ihn die Strahlenbelastung so geschwächt, dass er arbeitsunfähig wurde. Sechs Jahre später starb er an Leukämie. Über sein Leben ist nun eine Biografie im Media Maria Verlag erschienen. Sie trägt den Titel Ein Lied für Nagasaki über das Leben von Takashi Nagai. Ich freue mich, dass die Verlagsleiterin Gisela Gairos zu mir ins Studio gekommen ist. Mit ihr möchte ich mich nun über die Neuerscheinung unterhalten. Herzlich Willkommen, Frau Gairos. Vielen Dank. Takashi Nagai stammt ursprünglich aus einer shintoistischen Familie. Er wurde dann Atheist und landete letztendlich beim Christentum, und zwar über die Lektüre des christlichen Philosophen Blaise Pascal. Was hat ihn am Christentum bei Blaise Pascal so angesprochen? Blaise Pascal wurde ihm bekannt durch einen Lehrer, der Les Pensées las oder zitierte die Gedanken auf Deutsch. Blaise Pascal war ja ein christlicher Wissenschaftler, schon das faszinierte Takashi Nagai, denn er wollte ja auch diese Laufbahn einmal beschreiten. Und Blaise Pascal behauptete oder schrieb in den Pensée, dass der menschliche Verstand nicht die oberste Priorität hat und dass es höhere Wahrheiten gibt als die wissenschaftlichen Tatsachen. Und so machte sich Takashi Nagai auf, die absolute Wahrheit zu suchen, wie Blaise Pascal dies nannte. Nach dem Medizinstudium suchte Dr. Nagai den Kontakt mit den Christen. Er zog bei einer christlichen Familie ein in einem Vorort von Nagasaki und in dieser Familie lernte er dann auch seine spätere Frau kennen. Welche Glaubenserfahrungen machte er in dieser Familie, in diesem Haus? Erstaunlich ist schon die Idee von ihm, dass er sagte, das Christentum kann ich nur kennenlernen, wenn ich bei Christen wohne. Ja, da hörte er schon immer am Abend, wie die beiden Hausleute, die Tochter wohnte nicht im Haus, wie die beteten und sangen vor ihrem Altar. Und zu Weihnachten luden sie ihn ein. Und beim Essen erzählte der Hausherr mit großer Begeisterung von seinen Verwandten, von seinen Ahnen, die während der Verfolgung gestorben waren. Sie luden ihn dann ein zur Mitternachtsmesse. Und er war total erstaunt über diesen feierlichen Gottesdienst, über die Musik. Und tatsächlich spürte er die Präsenz Gottes in der Person anwesend bei diesem Gottesdienst. Kommen wir nochmal zum Arzt. Dr. Nagai spezialisierte sich auf den Bereich Radiologie. Inwiefern war diese Spezialisierung auch eine heroische Entscheidung? Damals kam die Radiologie frisch aus Deutschland übrigens nach Japan. Und sein Professor, der ihm diese Assistenzstelle anbot, machte ihn darauf aufmerksam, dass die Strahlung noch nicht komplett kontrolliert werden konnte, dass schon viele Forscher und Ärzte an den Folgen der Strahlung gestorben waren. Takashi Nagai war aber trotzdem bereit, dieses Risiko für seine eigene Gesundheit auf sich zu nehmen. Kommen wir nun noch zu einer anderen Entscheidung. 1934 entschied er sich dann für die Taufe. Inwiefern musste er um diese Entscheidung erst mal ringen? Zunächst war es eine Verletzung für seinen Vater. Er war ja noch Shintoist. Die Mutter war schon gestorben. Und in dieser japanischen Kultur widersprach das auch dem Respekt gegen die Eltern. Ein weiterer Grund war, dass er Satan widersagen musste und allen seinen Versuchungen. Und das kam ihm doch etwas unmenschlich vor, weil er dachte, alles, was er bis jetzt in seinem Erwachsenenleben gemacht hatte, darauf müsste er dann in Zukunft verzichten. 1937 wurde er als Arzt in den chinesisch-japanischen Krieg eingezogen. Welche Erfahrungen hatte er dort? Ja, das waren für ihn sehr schreckliche Erfahrungen, weil er mit den ganzen Verstümmelungen und Verletzungen der eigenen Leute und auch des Gegners der Chinesen konfrontiert war. Auch Kinder, die schrecklich verletzt waren. Und er konnte es eigentlich nur bewältigen mit einem ganz intensiven Gebetsleben. Kommen wir zum 9. August 1945. Der berühmt-berüchtigte Atombombenabwurf auf Nagasaki. Ich habe es in der Anmoderation schon erwähnt. Dr. Nagai wurde selbst schwer verletzt an der rechten Schläfe. Wie verbrachte er nicht nur die Stunden, Stunden und Tage, muss ich sagen, nach dem Bombenabwurf? Also er selbst war in der Universitätsklinik, die relativ massiv gebaut war. Das heißt, durch die Wucht wurde er unter einem Berg von Schutt und Glas begraben. Er konnte aber um Hilfe rufen und es gab auch einige unverletzte Schwestern und Kollegen, die ihn befreien konnten. Sie begannen sofort, die Kranken aus dem Krankenhaus heraus zu transportieren, weil ein Flügel bereits Feuer gefangen hatte. Es wurde vor dem Krankenhaus eine Notambulanz eingerichtet und mit den geringsten Mitteln, die sie hatten, wurden die Verletzten versorgt. Und die Menschen, die nicht kommen konnten, die wurden dann danach in der Umgebung von ihm und den Schwestern und den Kollegen besucht und dort versorgt, ärztlich versorgt. Und sie arbeiten bis zur Erschöpfung, bis Takashi Nagai selbst zusammenbrach. Seine Frau übrigens, möchte ich noch kurz anfügen, ist im Wohnhaus verbrannt. Es blieb nur der Rosenkranz und kleine Knochenreste von ihr übrig. Die Kinder mit Großmutter waren in den Bergen und waren nicht verletzt. Sie haben es gerade schon angesprochen, bis zur Erschöpfung kümmerte sich Dr. Nagai um die Verletzten. Insgesamt waren es 100.000 Verletzte in Nagasaki. Er war dann arbeitsunfähig, war ans Bett gefesselt und er schrieb in dieser Zeit sage und schreibe 20 Bücher. Für eine Verlegerin ja auch eine interessante Feststellung. Er hat auf dem Krankenbett 20 Bücher geschrieben. Was konnte er mit diesen Büchern noch bewegen? Er war bettlägerig, litt an diesen Auswirkungen der Strahlung, an Leukämie schon. Forschte im Bett, schrieb auch weiterhin seine Forschungsergebnisse auf und schrieb ganz zu Anfang schon Artikel für Zeitungen. Das war das Erste, mit dem konnte er ein bisschen Geld verdienen. Mit den Büchern rief er zu Frieden und Versöhnung auf, wollte seinen Glauben weitergeben in den Büchern. Und er wollte auch ein Testament für seine Kinder hinterlassen. Die beiden Kinder, es war ja klar, dass er sie nicht begleiten konnte, bis sie erwachsen wurden. Und er schrieb ihnen auf, was er als wichtig und unwichtig im Leben erkannt hatte. Ja, und Dr. Nagai hat dann nur noch sechs Jahre gelebt und ist dann eben an Leukämie, wie Sie gerade schon erwähnt haben, gestorben. Frau Gairos, ganz herzlichen Dank für diese Buchvorstellung und Ihren Besuch im Studio von Kirche in Not in München. Danke auch. Das war ein Buchgespräch mit der Leiterin des Media Maria Verlags, Gisela Gairos. Vielen Dank für Ihr Interesse. Hören Sie jetzt eine Leseprobe der Verlegerin aus dem Buch Ein Lied für Nagasaki über das Leben von Takashi Nagai von Paul Glynn. Ja, ich lese Ihnen jetzt gerne einen Abschnitt vor, aus dem Sie erkennen, wie der Mensch Takashi Nagai lebte, als er noch Arzt war. Das war vor dem Atombombenabwurf. Nagai schloss sich der Vinzenz-Gemeinschaft an und war schockiert, als er auf seinem ersten Einsatz feststellte, dass jede Person in dem Dörfchen Kainoshima an Bindehautentzündung litt. Er begann, an Sonntagen regelmäßig Fahrten zu organisieren und überredete andere Universitätsärzte und Krankenschwestern, sich ihm anzuschließen, um die Armen kostenlos zu behandeln. An einem Sonntag besuchte er eine Frau, die sich eine Geschlechtskrankheit zugezogen hatte und vor Scham mit ihrem fünfjährigen Sohn in die Berge geflohen war. Sie war fast blind und die beiden überlebten in einem Unterstand, den sie sich mit ihren einzigen Freunden und Unterstützern, den Legehennen, teilten. Als Nagai das erste Mal zu ihnen kam, war die Frau feindselig und weigerte sich, mit ihm zu sprechen. In der Woche darauf kam er mit Kleidung, Nahrungsmitteln und sprach freundlich zu der Frau. Bevor er ging, sagte sie, Herr Doktor, ich kann riechen, dass in der Nähe Pflaumen blühen. Sind sie nicht wunderschön? Er kletterte den Hang hinauf, brach einen Zweig ab und brachte in ihr, damit sie den süßen Duft einatmen konnte. Die Hilfe ist echt, schrieb er in seinem Tagebuch nieder, wenn sie dazu beiträgt, die Würde einer Person wiederherzustellen. Ein Lied für Nagasaki von Paul Glynn ist im Media Maria Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Es umfasst 320 Seiten und kostet 18,95 Euro zuzüglich Versandkosten. Untertitelung des ZDF, 2020